Herzlich Willkommen zur Erweiterungsfolge 2019 Nordrhein-Westfalen Marsch Aktuell wird Stroh gepresst Mission auf 116 wird fortgesetzt Des Weiteren wird jetzt Oh, kriegen Geld Wo man mal Geld verdienen fürs Saatgut und fürs Dünger, das reicht ja nicht aus Ja, drin gab Raps Machen wir Weizen Durch Ah, Hafer 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 Und dann auch schon verkaufen Damit wir uns das finanzieren Jetzt tun wir so leise, fahren wir zu laut So, hoffe das passt, die anderen Folgen noch ein bisschen zu laut Unfall Haftlicht, nö, haben wir nicht Aber egal, die fahren hier auch weiter So, der Wind pfeift auch hier gewaltig Übers Gras fällen wir aber auch nicht fahren Wollte ich gerade überlegen So, gehen wir Außenansicht So, gehen wir Außenansicht Also die Mission, die kostet mir nicht Geld Also die Mission, die kostet mir nicht Geld Mit dem Saatgut muss ich ja vorschießen Der Dünger ist nicht ganz dramatisch So, da braucht man sie Ja, da muss ja bezahlt werden Plus, Kursbefahrer Da schauen wir mal, wenn es bringt Oh, ich denke mal, das ist ein paar Hose Oh, ich denke mal, das ist ein paar Hose Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann muss ich mal die Eigenstellung korrigieren. Ach unser... Ja gut, ich hoffe ich habe das Geld verdient für's... So... Dann wollten wir schnell... ...difact... 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 ...man nutzt ja alles nichts, muss ja gemacht werden. Dann fangen wir mal einig an... ...difact... ...man sie wieder sie hat... ...18 kmh könnten sie beide fahren... ...difact... ...von der Natur... ...ausgesehen... ...beides heile... ...aber ich schätze mal... ...wird so um die... ...16... ...15 kmh... ...aber dem kann ich leben... ...wird extrem langsam ist... ...und wir sind ja bald haut... ...difact... ...so... ...an die kommende Ecke... ...so... ...schau... ...ma... ...austart... ...austart... ...haben wir noch nicht... ...gut dann haben wir hier... ...Berechnung vornehmen... ...Düng und Sehen... ...Feld 2... ...Rundherum... ...Drei-Bar... ...Rund... ...automatisch... ...und... ...automatisch... ...Kissrug... 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 Ich kriege wieder Hafe. Das geht ja schnell mit dem Traktor. Die war doch schön sauber. Den Nächsten. Sämaschine an. 15 Prozent. Durch ein Ding. Mal schauen, ob das geht. Ob ich das reparieren kann. Das ist unser Traktor. Mist. Nein. Zurück. Bei 15 Prozent kriege ich immer noch bei. Und ich will den reparieren. So. Die Staubkasse läuft noch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich muss jetzt ja machen. Ich muss jetzt schon was fertig gemacht werden. Damit am Ende das Geldzeug bekommt. Oder Aussaat. Für Dünger und für Saatgut. So. So. Brennenshop. So. So. das mache ich nicht. Das mache ich nicht. blaue Reifen. Föllen. 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 Streurplan. Föllen. Dünger reingemacht Die kann ich nösen normalerweise Muss ich vorher leer machen, nächstes Mal End Geh das Geld drauf für Dünger, dann zahlt gut Guck mal Gas geben So wohl liebe Freunde, dass Holz für die Volle gewesen sei So hat euch gefallen 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 Und vielleicht sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Sag mal, bye bye Schiff 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 K